servus ihr süßen mäuschen hier ist wieder euer g6 und damit willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal mittwoch chest opening time heute haben wir sogar mal wieder ein bisschen mehr zum aufmachen ja ich habe nicht nur auf der eule eine truhe sondern tatsächlich auch auf dem krieger ja wer hätte es gedacht ich habe mal auch da wieder im plus gemacht und sogar raid ja also da haben wir sogar ein paar items zur auswahl also zwei um genau zu sein aber besser als null oder eines also wir starten rein wie immer gilt schreibt mir gerne in die kommentare ob ihr glück hattet oder nicht wie es bei euch so lief ich bin sehr sehr gespannt freut mich auch immer zu hören wie viel also es freut mich nicht dass ihr leidet wenn ihr scheiße in der truhe habt aber es find es immer interessant die verschiedenen meinungsbilder zu hören diesbezüglich ich würde sagen wir starten direkt rein an und für sich so viel ja so viel erwarte ich jetzt diesmal nicht kann eigentlich auch gar nicht so viel im umhang wäre ganz cool hast mastery oder so wird mir schmecken ansonsten ja sind die auswahlmöglichkeiten leider sehr begrenzt sprechen des todeswandlers haste verser gegen meiner hat krit tempo jetzt haben wir den fall dass das ding sogar tatsächlich besser sein könnte könnte weil die stats glaube ich ein bisschen geiler sind kript habe ich eh nicht so viel und in dem fall ein bisschen mehr haste ist eigentlich nie verkehrt ich nehme das jetzt schon mal mit so gehen wir mal aus lasst dabei mal im hintergrund laufen was mir das ding bringt und dann schauen wir mal ob es ein schönes upgrade ist oder nicht sprechendes todeswandlers das sieht natürlich die optische varianz ist oh shit ist das neue anprobedingende lol ich kann nicht so schlecht immer eine sinnvolle änderung daran und was sehen wir was sehen wir bringt es ein upgrade aus irgendeinem grund funktioniert der sinn nicht richtig ich muss mir das jetzt noch mal richtig angucken melde mich gleich wieder ok schade schokolade hat tatsächlich keinen positiven einfluss für mich beziehungsweise gibt mir weniger dps um genau zu sein 23 weniger ich werde es trotzdem mal aufheben aus dem grund die ganze geschichte ist so ein bisschen hängt halt immer davon ab welches stats man so hat wenn ich jetzt beispielsweise ich habe es jetzt nicht genau durchgerechnet was für stets ich jetzt bräuchte damit das ding besser wird aber wenn man das mal so nimmt und ich werde jetzt beispielsweise auf einmal noch keine ahnung irgendwo krit verlieren oder sonst irgendwas ist könnte dann sein dass sich die stats halt so verschieden dass das ding wieder besser wird als das was ich aktuell angelegt habe dementsprechend ich heb's mal auf wer weiß wofür es noch gut sein kann und ja keine ahnung mit diesen blöden tokens da hätte ich eh nichts anfangen können von daher ähm ne lass mal jetzt mal so wie es ist wat oh jetzt kriegt man sogar post hier angezeigt or what damn it das ist ja äh was ganz feines jetzt auf einmal beziehungsweise oh nein wobei ich hoffe das zeigt nicht jeden krams an ich bin da so wenn ich wenn da irgendwas aufploppt ne was nicht dahin gehört normalerweise oder wenn irgendwo eine eins dran steht oben das macht mich wahnsinnig ich muss dann da drauf gehen und das weg machen da habe ich so einen inneren monk und jetzt angenommen ich würde jedes mal angezeigt bekommen wenn ich vom bier des monats da post gekriegt habe dann kriege ich glaube ich dann kriege ich glaube ich einen anfall ähm 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 sad keiner will meine armen schienen kaufen macht mich auch traurig egal so gucken wir mal was wir mit dem krieger bekommen 227 immer noch ich trete übelst auf der stelle obwohl ich diese woche auch mal hc raiden war es waren nur drei bosse oder vier so was haben wir da natürlich ich krieg nie ein item nie wo mal so ein dämlicher sockel drauf ist ne nie kannst du knicken so schwur der neuen oder die realitätsbrechenden unterarm schienen mhm der hat schon ziemlich nice stats ne hast mastery und noch nen sockel ich muss eigentlich den ring nehmen weil der so gut ist womit das mehr item level geben würde aber der ring ist schon ziemlich gut würde ich sagen ohne das jetzt gesimmt zu haben theoretisch könne ich auch die armen schienen anziehen die ich da bekommen habe die kauft eh keinen schwein wie es aussieht leider aber gut so jetzt haben wir zumindest schwur der neuen nice ring gibt uns ein bisschen mehr haste das ist gut dann holen wir uns ein haste steinchen und so was ich glaube ich ziehe jetzt diese armschienen die ich da habe einfach an wenn die sowieso keiner kauft dann habe ich zumindest einen kleinen item level push je nachdem für was die gerade gehen hätte ich damit dann zwar weiß ich nicht 60k gold über den haufen geworfen aber ist ja was was soll der geiz so upgrade upgrade wuhu ähm was so noch den ring anlegen dann da die ruhe raffung drauf machen schöner name übrigens ruhe raffung i like so das abspeichern dann da ist es gar nicht mal so gut trotzdem besser der ring so so auch da so und so viel okay das ist gut so und dann brauche ich nur noch eine haste vz für den ring und dann ist das hier auch alles gucci mehr oder weniger also den größten sprung hat jetzt der krieger gemacht um sage und schreibe drei item level tatsächlich bin angetan wobei natürlich man muss sagen echt das item was ich da als äh random drop nicht gekriegt hätte angezogen hätte man kein upgrade gar gehabt aber gut der ring ist ganz nett muss ich sagen vor allem weil ich sehr sehr wenig haste hatte vorher da wollen wir uns nicht beschweren und ansonsten jo hätte schlimmer sein können hätte besser sein können aber wollen wir uns nicht beschweren what the fuck okay da ist auch irgendwas anders jetzt werden wir hier auf einmal alle Chars auf allen realms angezeigt oh boy never play on patch day oder so in diesem sinne sind wir durch mit dem video ähm wenn euch das ganze gefallen hat lasst ja gerne ein like und ein abo da und wie gesagt vor allem schreibt mir in die kommentare was bei euch so dabei war damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.